Hallo liebe Gaming-Freunde und aaaaaaah! Ach komm nochmal, hallo Hundi! Armes Hundi. Müsste mal zum Tierarzt. Hier ging's doch zu leben. Genau da. Was ist denn da? Kann ich da schon hin? Ich geh einfach mal hier runter. Jaaaah! Jaaaah, Spyro, genau! Genau! Voll daneben. Machen wir alle Gegner fertig. Jaaaah! Vogel! Das war gut. Das war ein super, super Schluck. Ah, schön! Lass mich! Ich bin weg! Hm. Naja, ich bin der Tod. Ich kann nicht sterben. Oh. Hahaha! Der war gut! Auch noch! Aber wir haben ihn besiegt, wa? Also Bomber, ich werde dir kurz die Regeln erklären. Auf ihn! Was? Ohhh! Diese Arschgeige! Was ist hier unten? Okay. Nichts, wo man runterfallen könnte. Oh! Ich stelle mich heute an wie der erste Mensch. das ist ja die reinste hölle hier erstmal gucken dass diese aushalten und was sie so abziehen bist du deppert wie viel leben hatten wir jetzt drei eierdieb ich dachte da ist eine brücke so dann komm mal raus hier kommst du jetzt mal also da muss ich hin da muss ich sterben von beiden seiten ich bin doch nur ein kleines mädchen das war ein sandwich wir müssen noch mal das war doch hier das war gar nicht hier das war hier nicht ja guck mal da ist wieder der wahrhund war es immer noch nicht beim tierarzt nach so vielen jahren kennst du eigentlich den coolen trick ach ja den coolen trick kennen wir schon mit dem hammer ich bin aufgedreht oder heute bin ich irgendwie aufgedreht und müssen schnell zu dir das war zu spät und das war zu doof okay seid ihr doof mach doch nicht sowas mit mir da ist ein glück betronrad ah mist voll reingesprungen gibt's doch nicht haben wir ja wir haben ja davor gespeichert ne ja das hat sich jetzt erübrigt und die schwänze wachsen wieder nach das ist auch duf wir müssen uns also glaube ich erstmal um einen kümmern und sterben das ist der plan ach ne ich will kein regal machen ich brauchte auch nur ein buch ich depp bin so ein depp so ein depp naa wo ist der tisch kopf tisch kopf tisch so sag mal nur dir du bist ja irre nein das macht spyro siehste das war spyro ich war das nicht manche werfen mit granaten und treffen auch noch diese geysire gehen mir so aus diese lava geysire gehen mir übelst auf den pis ja genau deswegen oh geil jetzt bei münzen ja ja spring doch drauf ey dixi du ein hesschen oh wollte ich nicht ich wollte ihn nur streichen und habe meine kraft unterschätzt wer es glaubt so so voll der mega ja hab ich deinen freund getötet oh hab ich mich selbst getötet ach verdammt ja 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 ja